Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battle Reams. In der letzten Folge haben wir angefangen die ganze Stadt auseinanderzureißen. Hier ist Lotus Dorf. Weiter, weiter, weiter. Reiß den Turm nieder. Reiß die nieder. Geisha ist gut, wie ihr geschaffen wurde. Hier ist... Unnötiger Geisha-Verlust darf aktiv sein. Tötet ihn. Sämtliche Lotus Bauern. Alle Lotus Einheiten müssen weg. Heute kriegt der Lotus mal wieder richtig aus die Eier. Machen wir. Riechen wir. Arztliche Lotus Leute, wir können ja eh nicht mehr auf der Map rumlaufen. Das war eins der einfache Rematch gegen den Lotus. Wir beschen den Lotus irgendwann mal so richtig hart aufs Maul. Mh. 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 Meditation durch ist, die Kunst der Massage. So, dann braucht die weniger Ausdauer. Wohlkopf, Mann. Solches Ding gespocken. Nicht verprügeln. Feierabend? Ja. Oder fehlt da noch jemand oder irgendwas? Für die Ehre! Ja, in der Zeit, wo wir da oben hier griffen haben, haben die hier schon vollständig neu gebaut. Deswegen Bauern vorwärts. Also das Soldaten sind ein Bauern, ein Bauernhäufer. Für den Clan! So soll es bestehen! 4, 5, 6. Wie ihr befehlt. Bin auf dem Weg. Sie werden sterben. Okay, dann rufen Sie mal die Armee hier. Attacke! Fetzack! Fetimo, fett, fett! Jetzt aber! Ja, na also, geht doch! Wenn mich meine Augen nicht täuschen, sehe ich Shinjas Kopf aufgespießt auf einer Lanze. Dann sorgt dafür, dass es auch geschieht. Return to Castle, äh... Return to Castle Schlangenholm. Wartet mal. Die haben doch grad von hier... In... Also die Kamera... Der Kameramann saß hier und hat in diese Richtung auf diese Festung hier gezeigt. Einverstanden. Das Logik. Ja, mein Fürst. Okay, ich diene dem Drachen. Du guckst mal, dass sie hier heimlich... Hier am besten heimlich. Ganz klemmheimlich versuchst malen. Ich diene dem Drachen. Dörfli, dass wir uns jetzt drauf fokussieren erst mal... Ah. Hier... Ich gehauche. Dass der da drüben klammheimlich mit dem Bauernhaus Wasser holt. Wisst ihr, wie ich mein? So ganz klammheimlich hier Bauern die ganze Zeit Wasser holen lassen. Dass sobald wir fähig sind, das Badehaus und den... Ja, mein Fürst. Um einen Platz zu bauen, dass wir das auch können. Dass wir einen Brunnen bauen können. Du absitzen. Geisha aufsitzen. Der Fetzer kommt gar nicht durchs Feld, weil das Pferd zusammenbrechen würde. Ich diene dem Drachen. So und um uns alles einfacher zu machen. Du holst Wasser. Und hier wird automatisch ein Bauer zum Wasser geschickt, sobald er da rauskommt. Sobald wir natürlicherweise genug Wasser haben, werden alle Bauern von ihren Tätigkeiten entbunden. Und die gesamten Tätigkeiten nochmal eingebaut. Und damit wir schneller Wasser kriegen, lassen wir alle Bauern da rauskommen. Wir müssen nur ein bisschen auf die Geisha und das Pferd aufpassen. Und auf unsere Bauern hier. Wenn die Bauern hier angegriffen werden... Okay, das ist dann dumm gelaufen. Wäre halt doof, aber... Gut, könnten wir nichts machen. Ich würde sagen, ihr drei gebt mal ab, was ihr habt. Oder lasst euch einfach liegen. Scheiß drauf. Geht auch mal hier runter. Dass wir hier schon mal viele Bauern haben, die Wasser holen. Ein Bogen schützt. Ein Bogen schützt. Das ist jetzt auch wieder nichts. Wir erinnern uns, hier haben wir damals gebaut. Hier bauen wir jetzt. Ich gehorche. So, dann haben wir gleich mal viele Bauern, die hier holen. Das ist schon der abgibt, dazu Duda. Bausch uns dann. Bin unterwegs. Was auch immer das war, ich verstehe es nicht. So, und dann können wir direkt instant hier das Ding bauen. Wasserreserven sind voll, das ist gut. Die Bauern bleiben jetzt da einfach mal stehen. Wir machen hier mal dicht. Wir öffnen hier. Hier machen wir dicht. Dorfplatz direkt daneben bauen. Jetzt können die schon mal Wasser voll sammeln. Da drüben schon mal. Dass wir ein volles Wasserlager haben. Sobald der Dorfplatz gebaut ist. Auch wenn der Brunnen hier schon fertig gebaut ist. Dass die da drüben noch weiter Wasser sammeln. So lange die Wasser sammeln, haben wir volles Wasserlager. It's tactic. Wisst ihr was ich moin? Ja mein Fürst. Dass wir da drüben ein Wasserlager haben. Beziehungsweise Sammler, die das Wasserlager füllen. In kurzester Zeit, wir bauen hier schon mal einen Brunnen. Hier. Ich diene dem Drachen. Wir bauen jetzt ein kleines Brunnen-Netzwerk. Ich gehorche. Sammelpunkt ist hier. Hier sammelt das Lager voll. Gut. Und ich würde sagen. Wir heißen jetzt das Bauernhaus hier ab. Mal. Hier kommt langsam mal hierher. Ich diene dem Drachen. Ich gehorche. Und du baust jetzt einfach mal die wichtigsten Gebäude hier ab. Ein Haufen. Am besten Sichtweite ist so. Ja mein Fürst. Kuschier, du baust. Hier. Wir werden danach natürlich noch ein Netzwerk aus anderen Gebäuden bauen. So, jetzt teilen wir gleich mal Aufgaben ein. Ja mein Fürst. Ja mein Fürst. Ja mein Fürst. Ja mein Fürst. Ja, Du sammlights ich noch reiß mit. Ich werde... Ich werde... Ich werde... Wir haben jetzt nach dem Hüge geschnetzelt. Ich diene dem Drachen. Weil der Lotus-Klan ein Spachklan ist. Ein Klan von Bauermördern. So, du baust hier auf, ihr drei, hilfst bewässern, du sammlet dir noch Reis mit, du bleibst einfach stehen, du sammelst Reis mit, du schnüpfelst hier noch alleine geschönt, du willst du um Reis sammeln, dann baut ihr mir mal. Dieses Gebäude hin, Kenji, wir haben mal so einen voll Idioten, der meint, unseren Bauern wegschmetzeln zu müssen. Wolltet, weg! Geisha, heal uns mal, doch bitte denig. Da hoch, und klamm die Kunst der Massage. Kenji bläbt hier, der Digi und der Burgeschütze hier. Ich gehorche, beziehungsweise Burgeschütze. Leider ausgültig. Es wundert mich nicht ein bisschen. Ich wunderte mich einfach mal in ein bisschen. Ich wunderte mich einfach mal in ein bisschen. Für die Ehre! Freddy McFadfest. Fuckin, diese Blöden in der Nacht. Für den Clan! Oh, schlachtet doch, ich bin voll Idioten hier weg. Okay. Geh auf den Weg. Geh auf den Weg. Ich folge euch. Ich folge euch. Hilft doch! Dir mal den Hexer mit. Wett zu schnüpfeln. Mann, ihr seid doch Bauern. Ihr könnt sowas doch. Du holt zwar da rein. Ihr zwei hilft weiter bewässern. Ihr vier. Zwei Reißbauern. Zwei Bewässerer. Ich hoffe, dass ihr nicht weiterhin so inkompetent seid. Von uns hier braven Bauernhütchen hin. Wir fangen mal an, unsere Verteidigung aufzustellen. Sobald genug Reiß da ist. Sobald genug Reiß da ist. Genji, macht kein Milch. Heute hätten wir doch die Geishas am Leben hier auf Polbacke. Genji, einfach mit null Skill. Wir brauchen Triven, neue Geishas. Ja. Mann, 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 Mann. Unfähig zu allem, oder was? Genji, geh doch hin, Mann. Du bist fester, Kuki. Jetzt geht Genji drauf. Ja. Für den. Einverstanden. Natürlich. 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 Bauern. Angriff. Scheiß auf alles, was ihr tut. Macht diesen Hügel. Ähm. Legt diese Drecksäcke rum, hey. Wir alle müssen weg. Schlag, Zahn. Jawohl. Jawohl. Geisha, ihr zwei, baut. Ich bin unterwegs. Hier. Ran. Los. Ausbilden. Ausbilden. Ich freue euch auf eurem Weg. Natürlich fällt uns jetzt natürlich wieder der Reis. Ich diene dem Drachen. Ich gehorche. Ihr zwei. Ich bin unterwegs. Reis. Ihr zwei. Bewässern. Ich gehorche. Simples Logik. Ja, mein Fürst. Ihr seid ja zu doof dazu. Und da uns jetzt das Wasser fehlt. Wir haben kein Wasser mehr. Bin mir nicht mehr genug reist, um Kenji auszubilden. Verdammt dick. Wir haben kein Wasser mehr. Wir haben kein Wasser mehr. Ruhe jetzt. Mann, verdammt. Schnauze halten, ihr Hohlbacken. Verstanden. Ich gehorche. So. Hilf mir, wir brauchen mehr Reis. Ausmachen. Ich bin unterwegs. Ich diene dem Drachen. Groß damit reich, ihr Vollidioten. Verstanden. Was könnt ihr überhaupt? Reis sammeln. Immer brav. Reis sammeln. Das ist das Schwierige an der Mission. Dass man erstmal schön die Basis verteidigen kann. Ich hätte ja wieder hier gebaut, aber dann haben wir einen Lotus von hier. Und eine Schlange von hier unten oder von oben oder von allen Seiten. Hier hat man halt den Scheiß Pech, dass die von hier kommen und von da kommen und von da kommen. Wenn wir sie hier am Aufhalten sind, laufen sie außen rum und greifen von hinten die Bauern an. Hält man sie hier auf, kommen sie von da und da. Hält man sie hier auf, kommen sie von... Wem erklärt ihr das eigentlich? Ihr seid schlau genug, ihr wisst es auch. Hoffe ich zumindest. Okay, zu weit nach vorne will ich den Wachtturm jetzt auch nicht setzen. Ah, ah. Ihr habt doch gesehen, dass man hier bauen kann. Scheiße. Verwackelt. Verwackelt. Ich bin unterwegs. Los, bewegt dich. Ja, mein Fürst. Und du? Wo ist der Fett sagt? Da ist der Fett sagt. Okay, du bleibst da stehen. Einzuhamurai kommt hierher. Zwei Samurais. Und daher. Einzuhamurai klappt mir gleich auf den scheiß Turm da. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Battle Rames. So wollen wir uns dann weiter aufregen über Lotus und Wolf. Bis dahin, auf Wiedersehen.